Hallo Leute, willkommen bei diesem ganz besonderen Video, wo ich viele Sachen sage. So, ich fange jetzt mal an mit einer, wo ich, also ich habe ja ein neues Format. Das nennt sich Info und das ist schon der zweite Part von Info. Es gibt noch einen ersten Part von Info, aber den könnt ihr euch jetzt angucken. Alter, das ist der zweite Part von Info. Und, was läuft da? Ja, ich will mich noch natürlich bedanken für 2000 Aufrufe. Hammer. Und, dass ich, wie kann man es sagen, dass ich, ich wollte es mal was haben, dass sich gerade noch ein Rex herunterlädt und so. Also, ich habe alles vergessen, ne, was ich darf, bitte. Also, ja, und mein Bild von dem YouTube-Kanal bei mir, Alex Rechke, wird sich auch ändern. Was ich ziemlich gut finde, das nächste Bild wird lustig sein, kann man so sagen, oder so. Egal, aber, ähm, ich bedanke mich verdammt nochmal an 2000 Aufrufe. Ähm, endlich habe ich ihn überholt. Und, ähm, ich wollte so einen kleinen YouTuber überholen. Ja, das heißt irgendwas mit Fusion oder The Fusion. Kein Plan, aber, ja. Und den wollte ich überholen und ich habe es geschafft. Und da bin ich jetzt verdammt froh. Und, ja, nochmal danke an 2000 Aufrufe. Ähm, äh, ja, das war eigentlich der Grund dieses Videos. Und noch eine Info. Ich, ähm, weiß nochmal. Und ich werde natürlich noch ein, ähm, was ich noch sagen wollte, ein Special machen. Also, das kommt morgen, denke ich. Oder irgendwann ein 2000 Aufrufe Special. Ein 1000 Aufrufe Special wollte ich nicht machen. Da hatte ich irgendwie gerade keine Lust an der Zeit. Aber wir haben schon 2000 Aufrufe gesagt. Ich habe mich gerade verdammt gefreut, dass ich so viel habe. Ich habe gerade reingeguckt, wo er sagt, 2000 Aufrufe. Und deswegen, ähm, will ich sagen, äh, danke. Und, ähm, da kommt so ein Aufrufe Special dabei. Und richtig geile Scheiße. Oder irgend so ein Quart, ich habe keinen Plan. Ja, und jetzt kommt noch eine Info für diesen Platz, für diesen Part. Info Teil 2. Ähm, ich werde wieder mit Pedro Paar-Videos machen. Ja, Paar. Nur Paar. Aber nicht wieder so viele wie letztes Mal. Und bei die zwei Affenhaar kommen doch keine Videos mehr. Deswegen, ich habe den Kanal eh schon gelöscht. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ne, wo sind die Videos? Und so. Okay, tschüss. Und jetzt, ich habe den Kanal.